Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder, ihr Lieben, mit einer weiteren Runde Titingfest auf der Suche nach den Schwestern. Ich bin kurz vor dem letzten Schluss, bin ich mal wieder dezent verreckt, was mir zur Zeit häufiger passiert. Und ich auch nicht gutheißen kann, aber ich kann es nicht ändern, wegen fehlenden Ausrüstungsgegenständen. Vielleicht ist auch einfach meine Skillung auch kacke. Vielleicht mache ich einfach nicht genug Schaden, aber ein ganz großer Bestandteil dessen, dass ich hier gerade richtig auf die Fresse bekomme, teilweise ist wirklich halt das fehlende Equipment. Dessen bin ich mir sicher, weil die Skillung an sich sehr defensiv ist. Ja, ich mache nicht so viel Schaden, aber meine Überlebensfähigkeiten sind eigentlich sehr gut. Das interessiert aber meine Gegner nicht. Hey Freunde! Lass das! Habe ich überhaupt? Nein, habe ich nicht. Sehe ich gerade. Hau ab! Hau ab, sagte ich. Lass mich in Frieden. Hallo! Arschlöcher! Könnt ihr das mal lassen? Diese Zauberei ja hasse, ne? Die habe ich ja echt gefressen. So, besser ist. Arschlöcher, ey. Hier, den Scheiß könnt ihr auch mal wegmachen. Kampfstandarte. So, kaputt. So, kommst du her? Ja, siehst du wohl. Kommst du eins hin her? Finde ich okay. So, das war das Arschloch. Habe ich jetzt schon wieder? Nein, habe ich nicht. So, da ist doch auch schon wieder hier einer meiner Freunde hier. So, da ist doch auch schon wieder. So, was ist denn da? Da gucken wir doch mal. Hallo Freunde. Guten Tag, die Herren. Alle mal zu mir. Alle, ich sage da alle bitte. Je mehr ich mit dem scheiß grünen Auge erwische, desto besser. Okay, da war jetzt mal genau nichts drin. Gehen wir trotzdem mal da rum. Ah, hallo. So, da war, 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 was? So. Da scheint eine von den Schwestern zu sein. Warte, Krieger, du musst helfen. Etwas Schreckliches ist passiert. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Aha, sieht mir auch so aus. Drei Schwestern. Wollen wir mal gucken. Was hast du noch so zu erzählen hier? Ja, Juns Zauber ist gebrochen. Die Monster sind jetzt überall hier. Ja. Bitte hilf. Ja, was genau willst du von mir? Ähm, äh, la, la. Äh, ha, ha, ha. Anscheinend steckt die dritte Schwester irgendwie in der Klemme, ja. Mhm. Da dürfen wir uns also zum Retter der Holden Maid aufschwingen. So wirkt es zumindest. So wie immer. Ist ja nichts Neues. Dann gucken wir mal da oben weiter, was wir da noch so finden. Ach herrje. Lass das. Lass das. Lass das. Auch wenn es weiß ist, ist völlig egal. Was anlass, das war jetzt nicht zu verstehen. So, Penner. Ähm, was spinnt da auch gerade rum, sehe ich gerade, weil unten, ihr seht ja hier bei der Magie. Ah ja, jetzt ist es wieder da. War eben, äh, sind die einfach auch hier eingegraben? Ja, jetzt habe ich vorhin glaube ich gar nicht, äh, meine EP mir wieder wohl, aber jetzt ist das auch so. Ja, ich habe auch keine Lust, das zu suchen, wo ich, wo ich die dann finde. Ja, hallo. Ja. 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 Tschüss. Hey, komm, Freunde, das machen wir mal nicht. Okay, ne Kriegskeule, das hilft mir auch richtig, ups, das hilft mir auch richtig weiter. Hallo. Ja. 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 Ich freue mich schon auf den Endboss. Ich erinnere mich noch an ihn, ich weiß, dass er alles andere als in etwa. Wir kehren gleich wieder in die Stadt zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Und irgendwann, so weit weg ist er nicht mehr, kommt der große, dicke Endboss, aber den will ich schaffen. Äh, einfach weil ich die DLCs kennenlernen möchte, ja, 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 ja. So. Isolierender hilft also gegen Blitz, isolierend heißt immer, so wie ich es weiß, gegen Blitzschaden. So. Was denn? So. Haben wir heute wenigstens dann, das ist jetzt die vierte Folge, habe ich eben nachgeguckt, nehmen wir heute die fünf Folgen auf, dann habe ich die für nächste Woche fertig. Und, äh, ja, dann mache ich morgen Grim Dawn mit Rain of Terror und die beiden Folgen let me know. Und dann haben wir die nächste Woche wieder komplett, dann ist auch alles gut. So, da geht es wohl weiter. Ich wüsste jetzt auch, na, Mann, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, da oben könnte vielleicht noch was sein, aber ich glaube fast nicht. Nö, äh, wo ich hier jetzt noch die Schwester finden sollte. Ich glaube, wir haben hier wirklich alles abgegrast. Wir werden sehen. Hey, Jungs. So. Ich hoffe, die Schwester ist hier irgendwo. So. Und hier habe ich doch nicht irgendwas verpasst. Sag mal, ist doch jetzt gut hier, echt jetzt. So. Hey, Freundchen. Lass das. Hör mal auf, dahint doch nicht zu schießen, du Arsch. So. 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 Aber hier war die Schwester jetzt auch wieder nicht. Ich glaube es doch jetzt nicht. Ich glaube es doch jetzt nicht. Habe ich denn da hinten doch irgendwas verpasst? Ich wüsste jetzt gerade echt nicht wo, ne? Ich wüsste nicht wo die sein sollte. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Hier oben vielleicht. Da waren wir nicht. Vielleicht haben wir hier Glück. Hör auf. Ich die Rüstung. Gib dir gleich ich die Tiere. Das ist aber auch nichts. Ich wüsste echt nicht wo die blöde Schwester noch sein sollte. Da waren jetzt ja zumindest noch Gegner, wo ich gerade war. Hier sind auch noch Gegner. hier fern. Ah, hier könnten wir doch noch das sein. Alter, 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 alter. Weck da weg, 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 da auch. Boah, meine Fresse. Könnt ihr da hinten mal aufhören, Freunde? So, Leitig-Chakram, Leitig-Chakram, als ob wir damit irgendwas anfangen könnten. Und ein Munga-Munga. Ja, da sind auch noch Gegner. Komm raus. Next one, please. Kommst du? Ach, du ahnst es nicht. Elite-Zauberer. Elite-Zauberer. Ja, meine Freude geht in so eine Messliche. Hör auf zu zaubern. Arion-Stab des Rostes in grün. Na, da kommt ja Freude auf. So, Arschloch. Ach, da ist sie ja. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Sonst hätte ich die jetzt echt verpasst. Ein Siegerring. So. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber geworfen. Oh, warst du noch nie. Das wollte ich nicht. Plötzlich war ich von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. So, ja und jetzt? Ich werde es erklären, guter Krieger. Vor langer, langer Zeit tarnte der große, weise Lau-Yun sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ ihn herein. Außer mir und meinen Schwestern. Der große Weise enthüllte uns sein wahres Selbst und gab uns magischen Sein. Tut er das? Oder tat er das? Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen, solange ihr auch kein Leid zufügt. Hm, und nun? Hunderte von Jahren haben wir... Und jetzt? Okay, wir sollen ihrer Schwester die Neuigkeiten überbringen. Irgendwie sowas hätte ich mir fast gedacht. Aber die EPs wollen wir mitnehmen, weil wir die Quest schon erledigen. Na, hier wird es dann auch wieder grau und grau. Ach, Fremder, du hast sie gerettet. Ja, hab ich wohl. Vielen Dank. Bitte, nimm dies. Ja, die Erinnerung nehmen wir mit und irgendein Talisman der Essenz, mit dem wir mit Sicherheit nichts anfangen können. Wir sind dir so dankbar, Fremder, dass du unsere Schwester Ruzau gerettet hast. Sie ist vom Weg gestolpert. Sie unterliegt nun den Gesetzen von Leben und Tod. Aber dadurch hat sie vielleicht die Zeit, die Geheimnisse der Unsterblichkeit neu zu erlernen. Mhm. Meinst du? Ich wage das zu bezweifeln, aber hey, wie sieht's aus, questtechnisch, haben wir erledigt. Gut, dann wäre das das. Dann haben wir das Gebiet sozusagen abgearbeitet. Dann können wir dann mal hier hingehen und dann geht's da oben weiter. Wir kehren jetzt auf jeden Fall gleich in die Stadt zurück, wenn ich mich zu Recht erinnere. Das ist echt schon lange her, dass ich es gespielt habe. Muss man einfach mal so sagen. Das Spiel ist ja also Titingfest selber, weiß ich gar nicht, Anfang der 2000er, 2004 oder so. Ich weiß, nee, kann nicht sagen. Ich glaube, die Anniversary Edition kam 2008. Dann wäre es 2008. Also, ja gut, auch schon ein paar Jahre her. Und der Anniversary bedeutet ja nun mal 10 Jahre. Und von daher, aber gut, ihr Lieben. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge, wenn es wieder zurück in die Stadt geht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020